Moin Moin und willkommen zur 53. Folge Cities Skylines. Ich habe schon 2-3 Tage nicht mehr gespielt und muss mich gerade mal ein bisschen wieder einfinden, aber mein Ziel war ja auf jeden Fall, den Meilenstein hier zu erreichen mit 85.000, damit ich nochmal neue Gebiete kaufen kann, bevor ich den Flughafen baue. Und es steht ja noch dieser Bereich hier aus, den ich füllen möchte. Und dafür habe ich mir ein paar Dinge überlegt, die ich da umsetzen möchte. Nummer 1 ist, ich habe noch ein weiteres Content Creator Pack mit dabei, das ist Modern City Center. Dort sind High Residential, also hier die dicht besiedelten Gewerbegebiete in einem neuen Style. Die sehen dann, ja, die haben so Glasfronten, das war irgendwie so damals quasi das erste Mal, dass so neue Texturen quasi reinkamen und davon gibt es dann ein paar coole Gebäude, die auch so Wall-to-Wall mäßig gebaut sind, also eigentlich so ähnlich wie das hier, aber die sind dann, glaube ich, komplett zusammen und nicht so getrennt, dass man hier durchgucken kann. Ich glaube, sowas haben wir auch bei Plazas und Promenades, wenn ich mich nicht irre, aber ich bin mir nicht sicher. Genau, die möchte ich auf jeden Fall hier verwenden. Dann möchte ich einmal diesen Freizeitpark, nee, ist das Freizeitpark, ja doch, Freizeitpark einmal umbauen. Dann möchte ich, oder habe ich überlegt, was ich hier noch hinmachen kann und bezüglich Verkehrsmittel. Und wir hatten ja mal hier eine U-Bahn-Station ungefähr hier. Die ist jetzt bei dem letzten größeren U-Bahn-Upgrade, ich glaube Folge 47 war das, weggekommen. Und da war meine Idee, wir haben hier eh eine Linie langführen. Lass uns doch hier etwa eine U-Bahn-Station machen. Und die U-Bahn-Station könnte man dann auch entweder unter der Brücke oder über der Brücke halt nochmal mit dem Stadtteil hier auch verknüpfen. Die haben ja, glaube ich, hier auch nichts in der Nähe, die vorderen hier. Also die, die hier wohnen, die sind so ein bisschen zwischen dem hier und zwischen dem. Vielleicht können die dann auch nochmal hiervon profitieren. So, und da habe ich mir einen speziellen Hub angeschaut. Und zwar haben wir hier ein U-Bahn-Monorail-Zug-Knoten. Das heißt, hier sind letztendlich drei Dinge drin vereint. U-Bahn, ja, Monorail und Zug. Und das Ding kann ich mal eben kurz zeigen. So, wir haben hier einmal oben die Monorail-Gleise. Dann haben wir hier insgesamt vier Zuggleise, beziehungsweise, ja, wenn man es anbindet, dann halt nur zweimal Anbindung, aber halt vier Gleise, ne. Und wir haben U-Bahn auch nochmal hier quasi unter den Monorail-Dingern. Ja, ganz schön viel in einem Gebäude. Aber interessant und ich glaube, ich kann auch hier nochmal, ich weiß halt nicht, ob das zu nah ist für die Abstände von, wo ist denn mein anderer Personenbahnhof hier? Genau, hier wäre der eine. Die fahren ja dann hier und kommen hier in den Tunnel runter. Ich glaube, der rechte ist das. Und dann haben wir, dann geht der Zug genau hier lang und eventuell könnten wir den dann, ja, ein bisschen früher rauskommen lassen und dann irgendwo hier rauskommen lassen. Beziehungsweise, ja, eigentlich müssen wir sogar dann, ja, mehr oder weniger neben der Autobahn rauskommen, dass das schön weit außen ist und nicht den, die Sachen, die ich hier hinbaue, mit dem Lärm so sehr belästigt. Genau, so, das ist dann halt auch ein neues Experiment und ich habe ja auch noch nicht mit Monorail gearbeitet. Die müsste ich mir dann auch mal angucken. Da gibt es auch, ja, spezielle Straßen für Monorail. Also man kann einmal bei Monorail diese vierspurige Straße machen, wo dann in der Mitte die Monorail oben drüber ist. Und dann kann man bei der Monorail ja einfach so eine zweispurige Straße machen und man kann die Dinger einfach, ja, das war jetzt ein bisschen kantig, aber ja, man kann die auch einfach ohne Straße verbinden. Und es gibt hier dann noch so, man braucht ja auch Haltestellen, einmal dieses Ding, das ist direkt eine Haltestelle über der Straße, eigentlich das coolste von den Dingern. Und es gibt nochmal einen Bahnhof, ein Monorail-Bahnhof, muss mit anderen Bahnhöfen verbunden sein. Genau, das, okay, den attacht man quasi an die Straße. Ähm, ja. Ja, also U-Bahn, Zug und Monorail und dann halt will ich halt in diesem Bereich auch diese neuen Gebäude halt hinbauen. Und ich habe auch so ein bisschen eine Idee mit dem Park. Ähm, also viele Dinge, die ich da so miteinander kombinieren möchte. Und dann habe ich mir nochmal überlegt, zwei weitere einzigartige Gebäude, die ich auch noch implementieren möchte. Denn meine Sorge war so ein bisschen, wir haben jetzt hier schon ein relativ großes Wohngebiet, was eigentlich komplett aneinander hängt, wo eigentlich überhaupt kein Freiraum irgendwie dazwischen ist. Und wenn ich jetzt hier einfach genauso weitermache und das direkt hier dran knüpfe, dann finde ich, wird das zu viel. Also ich will so ein bisschen die verschiedene Stadtteile auch so ein bisschen, ja, nochmal getrennt haben. Also, ähm, ja, hier sieht man so ein bisschen optisch, dass es irgendwie noch so ein bisschen voneinander getrennt ist. Hier haben wir als Trennung den Zug dazwischen. Hier hinten ist auch so ein bisschen Drei. Hier haben wir einen größeren Gap dazwischen. Das war einfach so, ja, man merkt, das sind nochmal irgendwie so verschiedene Bereiche auch von dem Gesamtbild. Und da habe ich mir gedacht, ja, was mache ich denn da? Baue ich jetzt einfach, mache ich da einfach mal ein paar Pflanzen hin. Und dann bin ich noch auf die Idee gekommen, dass wir dieses, diesen riesen Central Park haben, was ja eigentlich so das größte, glaube ich, Gebäude im Spiel ist. Das ist, ja, fast so groß wie dieser ganze Freizeitpark hier. Und den würde ich einmal als Trennwerkzeug benutzen. Hm. Genau. Und was ich dann diesen, dieser Freizeit, also der soll irgendwo ungefähr hier hin, dass wir dann diesen Block haben mit der U-Bahn-Station und noch ein bisschen von dem Wohngebiet. Dann werde ich hier abkappen. Dann kommt hier ein Block mit dem Freizeitgebiet, äh, mit dem Central Park. Und dann beginnt quasi hier ein, ja, ein größerer, neuer Stadtteil. Und, ja, hier soll irgendwie so eine Monorail rumfahren. Und zwar um diesen Freizeitpark, der halt so ein bisschen hier nach rechts wandern wird. Und um diesen Freizeitpark herum, ja, fährt die Monorail. Und da möchte ich dann auch nochmal diese neuen Gebäude sozusagen drum machen als Stadtkern. Die, die großen Gebäude und, oder die gläsernen Gebäude aus dem Content Creator Pack. Äh, Modern City Center. Und genau, dann noch ein, ich hätte ja gesagt, zwei einzigartige Gebäude. Dann möchte ich noch dieses London Eye, dieses große Riesenrad hier, bauen. 135 Meter hoch. Das, finde ich, passt dann optisch ganz gut zu dem Freizeitpark, auch wenn es dann nicht Teil dessen ist. Und um das freizuschalten, muss ich mal eben zwei Instanzen von Flughafen bauen. Und das war's dann, hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass das noch so eine Kombi-Ding ist. Äh, brauche ich dafür eine Straße, wo das dran kommt. Ja. Äh, wo habe ich denn so viel Platz hier? Eins. Zwei. Äh. Ähm, ja, da ist es. Mal kurz zeigen. Das ist das Riesenrad. Genau. Und, ja, das packen wir auch hier mit da rein. Und, ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Entweder mache ich einen Timelapse oder einen Cut. Das weiß ich noch nicht, wie sich das nachher gut schneiden lässt. Und, ähm, ja, wir werden auf jeden Fall Zwischenschritte sehen. Also bis gleich. So, mal ein kleiner Zwischenstand. Ähm, ich habe es leider ein bisschen verkackt mit dem Park, den so umzuziehen, dass der fünf Sterne irgendwie behält. Aber, ist auch egal. Ich kann trotzdem alle Gebäude bauen. Der muss dann nur ein bisschen wieder hochleveln. Aber man sieht hier, ich habe hier noch die, ja, die Zähler mit drin. Und auch hier die Attraktivität von 1800. Aber ich hatte alle Tore und so abgerissen. Und dadurch hat er, glaube ich, den Stern verloren. Genau. Hier habe ich einmal den Central Park gebaut. Der ist ganz interessant. Der kommt mit einer eigenen Straße. Und der hat auf dieser Seite, ja, so eine Bühne hier. Und wenn man den zieht, oder, ähm, so, der Gebiet muss ich noch umpacken. Aber, warte mal, ähm. Ja, genau, so kann man es, glaube ich, erkennen. Man, der hat jetzt irgendwie diesen Lärmradius nur auf der einen Seite. Und wenn ich den, warte mal. Aber vorhin war der mal nicht andersrum. Das ist irgendwie merkwürdig. Komisch. Ich dachte gerade tatsächlich, dass der Lärmradius eher auf der anderen Seite liegen würde. Nämlich eben hier bei dem Ding. Aber was haben wir denn? Hier ist nämlich nur der Eingang. Das macht eigentlich so für mich wenig Sinn. Warte mal. Ich gehe den mal hier hin. Und jetzt setze ich den mal wieder hier hin. Nee, komisch. Ich dachte gerade eigentlich, der Lärm wäre auf der, auf dieser Seite gewesen. Kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht hier sehen. Doch. Also hier, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das von dem, das schon aktualisiert ist jetzt. Warte mal. Äh. Nee, okay. Das ist nichts Aktualisiertes. Muss ich gleich mal schauen, ob die dann hier mit klarkommen würden. So, wir machen den mal wieder ein bisschen mittig. So, und ähm. Hier habe ich einmal diese Straße auch größer gemacht. Deswegen musste ich hier die ganzen Schulen und das Krankenhaus und so weiter abreißen. Damit ich hier einmal die Monorail rumlegen kann. Und die geht jetzt einmal in einer großen Schleife. Sodass ich noch, ja, das Gebiet hier so ein bisschen mit angebaut habe. Vielleicht mache ich hier dann so eine Station hin. Dann muss ich nochmal gucken, wo ich die nachher hin verteile. Und, ja, die Monorails gehen jetzt einmal hier komplett hinten rum. Oder andersrum, je nachdem wie man fahren will. Und dann hier in den Bahnhof rein. Da könnte ich dann auch nochmal vermutlich gleich hier so einen machen. Weiß gar nicht, was da ein guter Winkel ist, aber... Ja. So, und, ähm, genau den, den normalen Zug habe ich auch umgelegt. Und wenn er hier rauskommt, splittet er sich direkt auf zwei. Im Moment gehe ich hier rüber. Da muss ich nochmal gucken, ob ich wirklich mit dem hier rüber gehen will. Oder vielleicht, weil der geht eh schon hier hoch. Ob ich den anderen mal höher lege. Das war jetzt erstmal quick and dirty. Und das kann man später nochmal fein machen. Und ich habe jetzt dadurch nochmal hier ein neues Gleis aufgemacht. Das heißt, die gehen von diesem Bahnhof komplett bis hierhin auf zwei verschiedenen Gleisen. Denn theoretisch könnte man zum Beispiel dann auch einen hier fahren lassen. Und hier, der die ganze Zeit nur pendelt meinetwegen. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben wir damit noch mehrere Möglichkeiten. Und ja, die U-Bahn habe ich noch nicht angeschlossen. Und hier habe ich jetzt einmal das Gebiet. Und hier habe ich mir folgendes gedacht. Ich möchte jetzt dann außen hier überall diese neuen Gebäude da bauen. Diese High-Density-Teile. Dafür muss ich aber noch einmal das Gebiet, ein neues Gebiet machen. Und diesen Hügelgebiet ein bisschen kleiner machen. Und auf der anderen Seite auch. Und dazwischen soll dann dieser Park sein. Die Straßen sind im Prinzip nur dafür da, dass hier diese blauen Gebäude hin können. Und die Straßen würde ich dann, glaube ich, auch auf Lieferfahrzeuge beschränken, wenn es möglich ist. Genau. Und hier in der Mitte kommen dann die Freizeitaktivitäten. Ja. Und dann vielleicht hier an dem Ende zum Beispiel dann das große Riesenrad oder so. Wenn wir das hier oder da drin, dann müsste ich die wahrscheinlich da drin besser. Dann müsste ich nochmal eben die Straßen kurz eingekürzen. Aber da schaue ich gleich nochmal. Das mache ich gleich nochmal im Feindesign. Genau. Ja. Und dann muss ich gucken, wo ich die Schule, Krankenhaus und so weiter hinbaue. Ob die hier mit reinkommen oder eher außen. Und dann kann halt hier noch ein bisschen, ja, Wohngebiet außen drum entstehen. Und ja, wahrscheinlich auch High Density Wohngebiet. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Ja, also, ich mache mal weiter und wir sehen uns gleich nochmal. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal in den neuen Freizeitpark mal die größten oder coolsten drei Gebäude, wie ich finde, erstmal reingesetzt. Und den Rest können wir gleich zusammen machen. Und hier haben wir den Haupteingang. Dann der ganze Bereich müsste jetzt eigentlich einmal eingezäunt sein. Ich kann mal einmal hier rumfahren. Hier um diesen, ähm, ähm, äh, um diese riesen Achterbahn haben wir dann, äh, ja, die Straße quasi in beide Richtungen gehend. Hier schließt sie sich wieder. Hier haben wir auch überall Zaun. Und genau. Und hier hinten haben wir dann auf beiden Seiten nochmal so einen Nebeneingang. Und auch hier ist alles abgezäunt, sodass die eigentlich da nur reinkommen, wenn sie bezahlen. Es sei denn, die können halt in diese Straße hier rein. Aber die Straße ist ja auch nochmal vom Park abgetrennt in dem Sinne. Und in der Straße, genau, habe ich jetzt hier erstmal angefangen, ähm, blau zu zonen. Da habe ich auch hier einmal das Modern City Center schon mal eingezeichnet. Ähm, genau. Und ich habe hier einmal grün markiert, für, damit der Strom erstmal überhaupt hier irgendwie rüberkommt. Hier am Ende ist dann dieses Riesenrad, was, oder London Eye, was dann jetzt letztendlich nicht zum Freizeitpark gehört, aber optisch natürlich ganz gut dazu passt. Das ist dann, hat dann auch hier an dieser Straße den Eingang. Und, ähm, ja, ist auch nochmal abgetrennt von dem Freizeitpark, damit die halt durch diese Tore hier reinkommen und dann Geld bezahlen. Genau, und hier habe ich einmal das aus dem Japan Content Creator Pack. Wie hieß das Japan? Ich weiß gar nicht mehr genau. Oder in Japan oder so. Ne, irgendwie, weiß ich nicht. Hab ich vergessen. Auf jeden Fall da Tankstelle und Restaurant, dachte ich mir, ist ganz cool, weil das noch übelst viele Parkplätze mitbringt. Und an der anderen Seite hat zumindest von der Größe her sehr gut das Aquarium reingepasst. Ja, genau. Dann habe ich hier das Krankenhaus wieder hingesetzt und die Oberschule. Und vorher hatten wir auch noch irgendwo eine öffentliche Bibliothek, die ist jetzt hier hingekommen. Genau. Central Park habe ich einmal hier mit der Straße so verbunden und dann nach hier und nach hier. Und ich habe zwei Monorail-Bahnhöfer gebaut. Den einen hier direkt beim Central Park, Schrägstrich Aquarium, Schrägstrich. Ja, also in der Mitte von den Attraktionen quasi. Und den anderen möglichst weit hier zum Stadtgebiet. Genau. Und hier haben wir jetzt auch alles angebunden. Hier kommt die U-Bahn rein. Ne, Quatsch. Der Zug rein. Und hier kommt die U-Bahn rein über diese Linie. Und ich hoffe mal, dass die gleiche erstmal so weiterfährt. Und dann kann ich da gleich nochmal eine zusätzliche Station mit reinziehen. Genau. Wasser sollte auch geklärt sein. War zum großen Teil schon da. So ein paar dünne Striche waren da. Da musste ich nochmal so Querdinger legen. Genau. Und jetzt würde ich einmal einfach mal testen wollen, ob das alles so funktioniert. Und mal schauen, wie viele Einwohner wir verlieren. Ich glaube, diese 80.000, die haben sich noch nicht aktualisiert. Aber ich habe hier auch relativ viel abgerissen. Ja, dann würde ich einfach mal Play machen. So. Ich hoffe, hier funktioniert noch alles. Wir gucken mal auf die U-Bahn. Die ist mir gerade am wichtigsten. Linien. Welche ist denn das hier wohl? Ah, ne, da muss ich hin. Ist das die hier? Ne. Die hier, ne? Ja. Bügel-Hub-Stadion. Okay, die hat nur zwei Haltestellen. Aber da fährt sie. Und sie fährt hier weiter. Und da kommt auch die andere Seite. Dann müsste die doch eigentlich funktionieren. So. Zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. So, jetzt ziehe ich mal hier hin. Und jetzt hat sie drei Haltestellen. Perfekt. Das Ding hier hat noch keinen Strom. Okay, ja, da müssen erstmal die Gebäude natürlich entstehen. Müssten aber eigentlich Nachfrage nach allem haben. Bloß das Wohngebiet ist so ein bisschen am geringsten von der Nachfrage. Und ich habe jetzt dooferweise hier sehr viel ausgewiesen. Was dann vielleicht irgendwie zuerst besiedelt wird. Warte mal, habe ich jetzt nur eins, zwei, drei, vier und dann drei? Ja, gut. Ja. Ja, egal. Fast schon so. So, kommt Leute. Sonst muss ich hier einmal manuell eben Strom reinziehen. Das ist auch eigentlich doof, dass ich das auf beiden Seiten mache. Dann kann ich doch besser auf der oberen Seite arbeiten, um dann hierhin Strom zu übertragen. So, habe ich das eigentlich richtig eingestellt? Ja, Modern City Center, okay. Aber ja, die sehen auch neu aus. Allerdings hatte ich die noch ein bisschen anders in Erinnerung. Aber die müssen ja auch erstmal noch hochleveln. Das ist auf jeden Fall so ein Wall-to-Wall-Building, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die das alle sind. Ja, aber die Straße ist so ein bisschen rund. Ich weiß gar nicht, ob die sich dafür eignet. Hier sieht man so ein bisschen, ja, jetzt die neuen Geschäfte drin. Und das ist diese Glas, dieser Glaslook, wo man da so die in den Spiegelungen die Autos sehen kann. Hier kann man sogar so, ja, so 3D-mäßig, keine Ahnung, was das darstellen soll. Handtaschen, nee, Teekessel, was steht denn da hinten? Jetzt haben wir hier ein Schuhgeschäft oder so, was ist das? So. Der Park bewegt sich auf jeden Fall schon die ganze Zeit, aber sind hier auch Leute drin? Bisher sehe ich noch keinen. Und da hinten fehlt noch etwas Strom. Dann müsste jetzt auch gleich das Riesenrad was bekommen, jawohl. Und wie viel brauchen wir hier noch? Hm, da muss ich hier auch noch mal was zum Überbrücken hinbauen. Und eigentlich brauche ich auch noch ein neues, neuen Stadtteil. Ich glaube, hier mache ich noch mal einen eigenen neuen. Der, ja, theoretisch später noch größer werden kann. Ich gebe jetzt erstmal den Namen Strauchviertel. Und hier machen wir auch noch mal einen eigenen. Und da wollte ich dann noch mal überlegen, was wäre jetzt hier gut? Eher hohe oder niedrige Gebäude? Ich habe ja immer noch hier Jahrhundertmitte modern. Muss ich noch mal ausprobieren. Wollen wir hier hohe oder niedrige Gebäude haben? Ich weiß es nicht. Ich fange mal an mit niedrigen und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ich weiß sowieso nicht, ob die hier so nah an den Bahnhof ran sollten. Wir müssen auch jetzt mal von der Lautstärke auf alles schauen. Eieiei, nee, das ist eigentlich gar nicht gut. Ich glaube, ich mache für dieses Gebiet einmal die Gewerbespezialisierung biologische Herstellung. Das ist, glaube ich, ziemlich gut. Das hat nämlich zum einen den Vorteil, dass hier weniger Fahrzeuge reinfahren müssen, um hier die Lieferung hinzubringen. Zum anderen können wir die dann direkt neben die Wohngebiete machen. Und die können aber trotzdem den Lärm hier abfedern. Ja. So, das Ding brauche ich nicht mehr. So, wir haben noch viele Ampeln am Start. Alter, lass ich es erst mal. So, und die Monorail, da muss ich jetzt wahrscheinlich eine Linie oder sowas bauen. Wie funktioniert denn das? So, eine Linie. Schau mal, habe ich da... Nicht unter der Erde, oder sieht das immer so aus von der Ansicht? Ich fange mal hier an. Okay, man kann da auch nicht irgendwie links rechts, nur auf dem Gebäude. Zack. 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 Jetzt fährt er in eine Richtung und drei Haltestellen, null Fahrzeuge, ein Fahrzeug. Da kann man auch nichts auswählen. Zwei Fahrzeuge. Da ist das Ding. Ähm, so. Schauen wir uns das mal an. Das hat, glaube ich, 180, ja. Monorail Linie 1. Gucken, ob jetzt hier Leute hochgehen, weil jetzt hier auch eine ehrt. Hier sieht man noch so eine Anzeigetafel. Mal schauen, wie lange die da brauchen, um es zu checken. Na, da ist gerade einer hoch. Ist jetzt hier schon einer drin? Nee. Noch nicht. Nächster halt wäre hier hinten. Würden die denn wohl stehen? Hier wahrscheinlich, ne? Sehe ich auch gerade noch keinen da stehen. Ist ja eigentlich schon einen Zug gehalten. Da müssten wir auch noch eine Zuglinie machen. Wahrscheinlich kommen jetzt erst mal nur die von außen. Der kommt jetzt mit null. Wo ist die andere? Da. Da sind schon vier Leute drin. Oha. Immerhin. Hier müssen auch noch die Ampeln weg. Vorfahrt. Vorfahrt. Was soll das denn hier sein? Wen ist der denn bitte? Hä? Lass sie nicht verstehen. Haben wir auch hier so ein Ding? Ja. Aber der fährt doch auf einer ganz anderen Höhe. Da muss doch niemand warten. Hä? Okay. Wir haben noch viele Nachfragen. Die können wir mal decken. Und dann schaue ich nochmal auf die Lautstärke. Ah, hier muss ich eigentlich in die Mitte nochmal Straßen machen. Vielleicht sogar komplett oder zumindest halb außen. Oder ich mache hier noch Office. Je nach Nachfrage. Aber ich finde Office passt hier irgendwie nicht so rein. Da mache ich später nochmal Straßen. Aber erst mal machen wir da außen ein bisschen was drum. Und hier wollen wir glaube ich ein bisschen die Bewohner pushen. Ach, ich hatte gar nicht auf die, als ich auf Play gedrückt habe, auf die Einwohner geachtet. Aber wir sind ungefähr jetzt dort, wo ich auch angefangen habe mit der Folge, meine ich. So, was geht mit dem Park hier? Geld ist noch oben. Der macht sogar gerade Plus. Interessant. Obwohl ich hier kaum Leute laufen sehe. Aber wir haben auch nicht viel gebaut, ne? Ah, doch. Hier sind eine Menge Leute. Das sind ja nur Rentner. Lol. Was ist das denn für ein riesen Rentner-Trupp hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Rentner auf einmal und die werden alle von einem Alligator verbeugt. Egal. Sind die auch alle hier drin, die Rentner? Hier sind scheinbar überhaupt keine Rentner drin. So wie ich das erkennen kann. Wäre auch mal interessant, ob dann für die Rentner überhaupt diese Fahrgeschäfte, die ich hier gebaut habe, interessant sind. Ich habe noch nicht mal eine Toilette in dem Park. So, ui. Wo kommen denn die ganzen Fahrzeuge jetzt aus dem Teil her? Aber der spawnt die einfach. Sportauto. Oberschüler in Oberschule. Ja, der fährt mit so einer Karre oder was? Fahrziel Superstore, der Laden für alles. Aber hier, die sind alle schon voll am Upleveln. Da können wir jetzt nochmal schauen, wie die aussehen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, das Gebäude. Aber hier, da steht auch Eagles drauf. Das ist ja unser, ähm, Stadion. Wo bin ich denn? Äh, da. Und das ist doch hier unser... Ach nee, hier machen wir jetzt Werbung für... Hier habe ich ja eingestellt, aber theoretisch ist Eagles unser Logo, ja. So, hier wollte ich wieder hin. Schauen wir nochmal auf die anderen Dinger. Okay, hier haben wir jetzt so eins mit Coffee-Bohnen da am Rand. Was ist denn das? Ein Gigastore. Dann haben wir hier... Sir Cuttle-Lot. Da steht da... Andi's Bowling Alley. Und Furniture. Die wirken irgendwie relativ dunkel. Das hier ist relativ cool. Da, wo sie nur liegen und so Pflanzen so ein bisschen vorne drauf sind. Oder hier oben mit den Pflanzen. Das ist wohl ganz cool. Aber irgendwie von hier aus wirkt das alles sehr, sehr dunkel. Aber es liegt, glaube ich, am Licht. Also wenn ich hier gucke, da sieht es dann halt auf der anderen Seite natürlich ganz anders aus. Das ist einfach der Stand der Sonne. Okay, ja. Hier sind die Modern City Center. Und ja. Da sieht man schon hier mit Pool alleine schon beim untersten Level. Die sehen auf jeden Fall nochmal ganz anders aus als diese Default-Gebäude. Das sieht irgendwie so aus, als würde das vom Terrain hier nicht richtig von der Höhe passen, oder? Oder muss das so... Ah doch, das muss so. Man sieht hier unten auch die Fenster enden. Aber es sieht total komisch aus, dass sie unten nochmal so ein Mini-Fenster haben, anstatt dass sie dann irgendwie hier ein durchgehendes Fenster oder eine Tür oder sowas haben. Aber vielleicht war das früher so. So. Bediente Passagiere. Achso, wir können mal auf die Monorail gucken, was die so leistet. 25 Passagiere nur und drei Fahrzeuge. Eieiei, das ist aber schlecht. So, 10, 5, 39. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht sogar auf zwei Fahrzeuge runtergehen sollte. Ich glaube, da können wir erstmal runtergehen. Wenn da so wenig mitfahren und die nicht annähernd voll sind, dann müssen die halt ein bisschen länger warten. Russo und so haben wir natürlich auch noch gar nicht hier. Wie sieht das mit dem Central Park aus? 68. Hier ist überall noch was frei, obwohl wir für alles noch offene Nachfragen haben. Ein bisschen merkwürdig. Aber hier könnte ich sogar außen wieder fast schon Wohnungen machen, außer hier. Dieses Riesenrad, das scheint einen Riesenlärm zu machen, weshalb hier zum Beispiel deutlich roter ist als hier. Und hier ist ja nicht mal ein blaues Gebäude, also das hat echt einen krassen Radius an Lautstärke. Da sind nur 20 drin, das sieht auch geiler aus, als dass es sowas bringt. Genau, und eventuell könnte man jetzt auch den Kreisel hier und hier dann per Straße irgendwie hier ranlegen. Das überlege ich mir nochmal. Aber er hat ja auch einen Vorteil, die können ja von der Autobahn hier in den Kreisel und dann vom Kreisel zum Beispiel schnell in dieses Gebiet. Okay, dann muss ich hier mal ein paar Straßen einziehen. Wie weit war die Lautstärke hier nochmal? Das ist der Bahnhof auch. Boah, das geht ja richtig weit hier rein. Muss ich ja echt viel Verkaufsfläche hier auch machen. So viel wollte ich da eigentlich gar nicht haben. Aber es scheint richtig lauter zu sein. Oder ich mache hier vielleicht noch Parks und so hin, weil hier muss ich auch nochmal ein bisschen, glaube ich, für Bodenwert besorgen. Hier haben wir einen Toten, der wird nicht abgeholt, hier auch. Ich glaube, hier will ich nochmal vom Hellscare diese neuen Gebäude mal platzieren. Und zwar entweder ein Swimmingpool, Yoga-Garten oder eine Touren- und Fitnesshalle. Ich weiß gar nicht, was wir davon alles schon mal gebaut hatten. Wir haben hier einen Yoga-Garten, dann haben wir, das sind glaube ich Arztpraxen, ja. Das hier, das hier, was war das? Arztpraxis und Rettungspfrauber, medizinisches Labor, Arztpraxis. Arzt. Jo, nochmal Yoga. Aber ich habe, ja, eigentlich, hier haben wir ja auch so viel Pools. Ich glaube, dort kann man ganz cool so einen öffentlichen Swimmingpool hinsetzen. Ich will möglichst wenig an Vierecken da verlieren. Hier macht er quasi beide Reihen kaputt. Aber hier kann ich auch schon ein grünes Gebiet bauen, da will ich es halt auch nicht hinmachen. Ah, hier noch ein Studienjahr vorbei, aber ja, nichts Besonderes passiert. Auch keine Awards da bekommen. Ich muss es eigentlich hier schon fast hinsetzen. Ja, dann haben die Gebäude halt mal Pech. Dann kommt er... Eieiei. Hier hin. Schön, nochmal ein dicker Swimmingpool. Aber vermutlich wird das noch gar nicht reichen. Müssen wir mal gucken, wie hoch die dann leveln. Das wird ja sowieso ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Bei denen hier sieht es überall top aus. Die sind auch direkt neben dem Freizeitpark. Warum sollte das auch nicht so sein? Eigentlich wollte ich diese Straßen ja auch blockieren, dass da nur Lieferfahrzeuge rein können. Aber bisher scheint es auch so zu gehen. So können die da immerhin parken. So, der Park müsste gleich auch aufleveln. Wir haben hier fast 500 Besucher. Und wir müssen ein bisschen an der Attraktivität leveln. Was ich nochmal gesehen hatte in einem Video ist, dass man nicht nur die Attraktivität mit diesen Gebäuden, wo ja Unterhaltung dran steht, pushen kann. Sondern auch mit den Zierelementen, die nur einmalige Kosten haben, aber keine Kosten hier wie das zum Beispiel von 160 pro Woche. Das heißt, wenn man schön viel dekoriert, bringt das sogar tatsächlich ingame was. Aber das würde ich dann mal in Ruhe machen und dann mit einem Ergebnis für die nächste Folge wiederkommen. Aber vom Konzept her finde ich es eigentlich bisher ganz gut. Klar, es fehlt hier noch außen viel und wir müssen noch viel Detailarbeit machen mit Pflanzen, dies, das, ein paar Wege etc. Vielleicht den Kreisel anbinden. Und es sind für meinen Geschmack noch sehr, sehr wenig Leute hier. Hier laufen sehr viele. Es ist natürlich auch so, dass die vom Bahnhof sehr viele laufen werden zu dem Freizeitpark. Das ist, denke ich mal so. Oder generell auch zu den Geschäften. Die sind jetzt nicht so weit weg von dem Bahnhof. Bediente Passagiere 408 sind. Allerdings weiß man natürlich nicht, wie viel, wo Monorail echt wenig unterwegs. Schade eigentlich. Aber, ja, vielleicht hier auch die falsche Wahl. Ich weiß nicht, wann sich so eine Monorail gut eignet. Dann haben wir noch die U-Bahn-Linie, die jetzt auch hier lang fährt. Übelhauptstadion, die war das, ne? Hier, die hier langkommt. Und, genau, hier haben wir 160. Und diese 160, die wollen zum Teil auch in dieses Gebiet hier rein. Dann haben wir diesen Stopp hier. Hier stehen gerade mal 19. Wo wollen die hin? Die wollen, ja, überall hier ein bisschen Elchplatz, ein bisschen hier. Das sind wahrscheinlich Bewohner, die hier irgendwie, ja, im Freizeitbereich waren oder in den Gewerbebereichen jetzt einfach zurück wollen. Und hier haben wir 29 auf der Linie, auch sehr wenig. Und die 29 wollen auch nicht hier rein. Die wollen auch in den Elchbereich. Aber, ja, von hier, von diesem Hauptbahnhof, wollen sehr, sehr viele per U-Bahn hier hin. Obwohl das gleiche gibt es ja eigentlich auch als Zugverbindung. Aber die habe ich halt noch nicht gebaut. Oder da hier würden... Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht darauf geachtet, ob hier überhaupt Züge lang fahren. Ob ich das überhaupt richtig connected alles? Aber zumindest, ja, ist die Linie, die läuft hier noch ein bisschen schneller. Da kommt auch ein Zug hier. Was ist denn das für einer? Zuglinie 2. Achso, ja, genau. Und die hält halt hier im Moment nicht. Mit meinem Bullet Train, der fährt einfach nur durch. Könnte ich natürlich gut halten lassen. Ich weiß nicht, ob es viel bringt. Ob dann, ja, auch von hier auch viele rüber wollen. Aber das Feintuning mache ich mal ein bisschen offscreen und das Designen und so weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit einem hoffentlich schön designten Stadtteil. Und vielleicht komme ich dann ja auch offscreen auf die 85.000. Muss ich mal gucken. Wenn das so ist, dann könnte es gut sein, dass ich in der nächsten Folge dann mit dem Airports DLC um die Ecke komme. Und ein paar neue Gebiete kaufe und irgendwo einen Flughafen hinbaue. Ja, das soll es dann soweit erstmal gewesen sein. Vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr noch Tipps habt, wie ich irgendwie die Monorail pushen kann oder wenn ihr sagt, irgendwie das hätte ich aber anders gemacht, gerne in die Kommentare damit. Und ja, ansonsten sagt mal, was ihr von dem Content Creator Pack haltet. Im Moment bin ich noch nicht so mega, mega überzeugt von diesem Content Creator Pack, weil halt tatsächlich, wie ich finde, sehr wenig Inhalt drin ist. Und halt nur neue Designs. Die hier sehen ziemlich klasse aus, diese Gebäude. Aber ja, andere Packs hatten, finde ich, mehr zu bieten. Aber bei dem war es sehr ähnlich. Wobei das, hier waren noch ein paar, da waren ja auch die Garagen, die Parkplätze und so weiter dabei. Und das finde ich eigentlich relativ chillig. Die bauen sogar hier Palmen hin. Vielleicht habe ich ja auch Palmen, die ich bauen kann. Irgendwo, glaube ich. Oder ist das nur in einer anderen, in einer anderen Zone? Ne, ich konnte nur so Bambusbäume bauen. Oder kann ich auch Palmen bauen, weiß ich. Ah, ne, hier vielleicht. Ja doch, ich kann auch Palmen bauen. Vielleicht baue ich hier nochmal ein paar Palmen mit dazu. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie das in der nächsten Folge aussieht. In dem Sinne, bewertet gerne den Part. Und habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.